Willkommen im Diamond Country Club. Wir befinden uns hier auf der Driving Range. Wir haben heute einen sehr windigen Tag. Es ist wichtig, den Ball sehr flach zu halten, denn sonst wird der Ball sehr viel vom Wind angenommen. Beim flachen Punch ist einiges zu beachten. Und zwar erstens, den Ball etwas rechts von der Mitte zu nehmen, nicht wie bei einem normalen Schlag links oder mittig, die Hände nach links zu geben und ich mache auch die linke Schulter etwas tiefer, denn dadurch bekomme ich einen etwas steileren Eintriffswinkel und kann den Ball etwas leichter flacher halten. Das Ganze sollte so ausschauen. Wie gesagt, Ball rechts von der Mitte, Hände links, linke Schulter etwas tiefer, dann einmal einen Schlag machen. Dadurch wird der Ball etwas flacher starten und ist nicht so windanfällig. Viel Spaß beim Üben!